Wobei, 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 äh, Weltkrieg-Setting passt immer, Alter. Kommt bloß drauf an, wie man's rüberbringt, ja? Ja, also, 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 Benefit 5 haben sie verkackt. Da haben sie sich rübergebracht. WW2 Call of Duty ist sehr, sehr geil gewesen, Alter, muss ich sagen. Zu seiner Zeit. Ja. Darf ich mal was? Äh, egal. Okay, Jo. Tu dreckiges, du. Ich hab dich doch schon laufen hören. Boah, ich dachte, ich schaff's noch unten, ey. Ah, äh. Jetzt wird das schief, ich muss nachladen, ne? Reik, Alter, ist der auch hier? Der Typ? Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Oh, ho, 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 ho! Einmal ins Fenster gesprayrt, Yo, all! Das den auch noch erwirscht, Yo, we? Du stehst ja unten, ne? Ja, klar. Oh! Jo, hab ich nicht gesehen. Oh, Manni. Oh, Manni. Oh, Manni, wo bist du? Echt jetzt, Alter? Alle beide? Was ist los mit euch? Ah. Und hier warte ich jetzt auf Jessica. Alter, schön eine Frage. Da hat aber jemand die Tür aufgelaufen gemacht. Oh, scheiße. Was ist das? Du bist so blöd, Alter. Ich weiß, naja. Ich dachte, da liegt die Klemmer, aber ohne Scheiß ist es nämlich nochmal zurückgekommen. Was ist los mit euch beiden, Alter? Ich wollte das auch nicht. Ich bin hier auch schon etwas länger als gut, ne? Ich hab meine Hände. Wichser. 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 Da oben drauf, Alter. Richtig. Ist nicht, Alter. Ist nicht. So ein Wichser. Ich weiß auch nicht, was gerade abgeht, Alter. Tut mir leid. Was ist denn da los, Junge? Zwei Kills brauch ich nur noch. Nicht einen Hubschrauber. Den hau ich auch sofort raus, ihr kleinen süßen ihr. Ach, aber leid. Jess läuft schon gar nicht mehr, alter. Jess ist eingefillt. Ey! Oh, die hat sie aber eingeben. Zwei Kills haben gefillt, Jessica, Junge. Das kriegst du. Das kriegst du. Bitch. Jessi Killa, bitch. Was? Oh, dick. Ich hab bei uns zusammengestuht. Aber sie waren nämlich auch gerade exapten da und deswegen hab ich da einfach hingeaimt. Ja, blauer Container? Ja, Mann. Und du da? Da? Ja? Ich hab die noch gehört, weißt du, ich guck so, hä? Ich hab keinen Plan, was auf einmal los ist. Tut mir leid, Joll. Oh, der Drexel ist von mir einfach zusprach gerade. Aber wir spielen doch, wir spielen doch alle gleich lang heute. Hier hat keiner länger oder weniger gespürt. Ich wusste gar nicht. Genau. Was? Komm. 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 Wichser. 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 Ist das wirklich sind? Ja, natürlich! Natürlich ist sie weg. Na, wer von euch ist in der Dusche? Keiner. Na, wer von euch ist? Nee. Warum nicht? Macht doch eine Freude. Alle bei. Genau da wo er dich kacke kelt hat. Ja. Stimmt sogar. Exakt. Ich hab's noch gehört. So ein dreckiger Judas, Alter. Ich dachte du hast mich nicht mitgekriegt, Alter. Weil du so zielstrebig gerade rübergelaufen bist, weißt? Schon wieder zwei Kills vorher. Kacke Arsch, Alter. Ja. 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 Ich guck doch nicht. Ja. Ha ha ha. Vielleicht heute ist es nicht mehr so. meine lindse war voll in dein gesicht da muss ich einfach passen gehen da muss ich einfach aufhören das war die das war die 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 Untertitelung des ZDF, 2020